Musik Vertragsunterzeichnung im Leibniz-Gymnasium in Östringen. Die Schule hat mit der Sparkasse Greichgau und der Volksbank Bruchsalbretten einen Kooperationsvertrag geschlossen. Insgesamt hat die Schule nun fünf Kooperationspartner an ihrer Seite. Die Vorteile sind darin, dass wir zunächst mal beim Suchen von BOGI-Plätzen, also BOGI-Berufsorientierung am Gymnasium, immer Partner haben, die uns ansprechen, ob wir Schüler haben, die das machen möchten oder wir fragen an, ob wir Schüler liefern können. Liefern in Anführungszeichen. Und dann holen wir die Partner auch mal zu uns in die Schule. Bei den Schulbesuchen können die entsprechenden Partnern zu bestimmten Schulthemen die Praxis dazu den Schülern näher bringen. Ebenso sind bei den Kooperationen Praktika vorgesehen, bei denen die Schüler die Arbeitswelt erkunden können. Die Angebote der Sparkasse sind dabei vielfältig. Also wir werden hier konkret einen Preis ausloben für vorbildliches soziales Engagement. Und zum anderen werden wir versuchen, einen Kurs auf die Beine zu stellen, Mittelehrerschaft, wo es darum geht, einfach das Thema Banken, Wirtschaft zu kooperieren und die jungen Menschen entsprechend dann darauf vorzubereiten. Parallel machen wir solche Bewerberbörsen und Bewerbertrainings und sind also einfach hier sehr stark in der Kooperation und wollen uns einbringen mit Know-how. In Praxisbezug bekommen die Jugendlichen durch Wirtschaft macht Schule also allemal. Auch was es bei den Bewerbungen ankommt und welche Voraussetzungen erwartet werden, können die Schüler bei dem jeweiligen Unternehmen erfahren. Ganz klar, es müssen ein paar schulische Fähigkeiten da sein, kognitive Fähigkeiten, Mathematik, Deutsch, Rechtschreibung. Das sind Grundvoraussetzungen. Was wir brauchen, sind junge Menschen, die in der Lage sind, mit anderen Menschen umzugehen. Wir sind Dienstleister und wir brauchen junge Menschen oder wir brauchen überhaupt Mitarbeiter, die fähig sind, auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Die Initiative Wirtschaft macht Schule der IHK Karlsruhe bietet für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Die Schüler werden bestens auf das Berufsleben vorbereitet und finden so vielleicht schon ihren Traumberuf. Auch die Unternehmen profitieren von der Kooperation, da sie so den ein oder anderen künftigen Azubi gewinnen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.